Liebe FCB-Fans, ich bin zurück in meinem geliebten Stadion und kann es kaum erwarten, um endlich loszulegen. Ich freue mich riesig, dass ich jetzt wieder zurück bin. Es ist schon sehr schnell gegangen, aber umso mehr ist die Vorfreude hier, wenn es am Donnerstag schon losgeht. Es geht Schlag auf Schlag. Wir haben viele Ziele und versuchen natürlich auch einen super Start anzulegen. Ich bin jetzt gespannt, was wir erwarten. Ein neues Team. Ich freue mich sehr auf Fans und den Verein und natürlich auch auf die ganze Stadt. Das Ziel ist ganz kurz zum Angriffen. Wir wollen Vollgas geben, jeder Einzelne für sich, wir als Mannschaft. Die FCB ist ein riesiger Verein, der grösste Verein in der Schweiz und darum ist das Ziel ganz klar, angriffen. Wir haben etwas vor der Saison. Liebe FCB-Fans, bald geht es los. In einem leeren Stadion zu spielen, das haben wir langsam gesehen. Wir freuen uns alle, bis ihr endlich wieder im Stadion seid und wir mit euch zusammen Sie feiern können. đấy ist ganz kurz zum Angriffen. Die FCB-Fans ist ein riesigen Bereich, damit man die лADern neben euch sonst immer wieder, mit euchこ Termin Dyke schönslafen, wir haben alleд, bist du, die Häuser und das sind nicht ebenso callen, denn das ist relativ. Dies ist ein riesig. Vielen Dank.